Wie wird man als Immobilienmakler erfolgreich und hat eine volle Objektpipeline, ganz ohne Leads kaufen zu müssen und in teures Online-Marketing zu investieren? Mein Name ist Heinz Brosbach und ich bin der Geschäftsführer der Bosbach Consulting GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Ich bin seit mittlerweile 30 Jahren in der Immobilienbranche tätig und daher kenne ich alle Herausforderungen, Probleme, Höhen und Tiefen, die man als Immobilienmakler erleben kann. 2005 habe ich ein einzigartiges System entwickelt und meine Mitarbeiter und ich helfen Immobilienmaklern dabei, als Quereinsteiger durchzustarten, neue Objekte zu akquirieren und den Weg vom Makler zum Unternehmer zu meistern. Während der Zusammenarbeit schätzen unsere Kunden besonders schnelle Ergebnisse. Durch meine langjährige Erfahrung weiß ich ganz genau, welche Schritte bei einem Immobilienmakler erforderlich sind, um auf das nächste Level zu kommen. Alles aus einer Hand. Unser Anspruch ist es, ein wertvolles Coaching zu liefern, sodass man alles aus einer Hand bekommt und sich professionell weiterentwickeln kann. Aktive Betreuung. Unsere Kunden werden aktiv betreut. Wir sind jederzeit für unsere Kunden erreichbar. Schritt-für-Schritt-System. Unsere Vorlagen und Anleitungen sind praxiserprobt und bringen Sie Schritt für Schritt voran. Dank diesem System erzielen wir schnelle Erfolge bei unseren Teilnehmern. Wenn sich das für Sie interessant anhört, dann sollten wir uns auf jeden Fall persönlich kennenlernen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenfreie Erstberatung. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin alles Gute. Ihr Heinz Bosbach.